Wenn jemand musikalisches Talent in die Wiege gelegt bekommen hat, dann sind es wohl die Kinder von Mark Terencey und Sarah Connor. Schließlich gehören beide zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Kein Wunder also, dass Tyler und Summer in ihre Fußstapfen treten. Der 18-Jährige teilt seine große Leidenschaft regelmäßig auf Instagram. Seit seinem 16. Geburtstag betreibt er einen eigenen Kanal, auf dem er seine Fans an seinem Leben teilhaben lässt. Seine jüngere Schwester Summer haben wir dagegen bisher nur versteckt in der Öffentlichkeit gesehen, wie hier, als sie mit ihrem Papa gemeinsam den Song Shallow von Lady Gaga und Bradley Cooper singt. In seiner neuesten Story zeigt Mark, wie talentiert seine Tochter am Klavier ist. Der 43-Jährige verbringt exklusive Vater-Tochter-Zeit mit Summer und neben dem Musizieren gehört da natürlich auch leckeres Essen dazu. Erst gönnen sich die beiden ein Valentinstagsessen im Hardrock-Café in Berlin. Am nächsten Tag gibt es dann leckere Pizza. Und noch etwas fällt bei den neuesten Aufnahmen auf. Der Look der 15-Jährigen hat sich ganz schön geändert. Während wir Summer hier noch mit langen Haaren und Basic-Shirt sehen, zeigt sie sich nun mit frechem Bob und Oversize-Pullover. Eines ist aber geblieben, der stolze Blick von Papa Mark.